Berufen zur Gemeinschaft zwischen dem Druck eines frommen, angepassten Verhaltens und eines gottgefälligen Lebens Wer in Kontakt mit Gläubigen ist, wird auch mit religiösem Denken in Kontakt kommen und mit bindenden Weisheiten konfrontiert werden, dass jeder eine Gemeinde braucht. Es ist gut und richtig, dass jeder Gemeinschaft braucht. Der Fehler ist jedoch, dass viele glauben, dass damit irgendetwas gewonnen ist, denn viele erliegen nur dem Anpassungsdruck, eine Gemeinschaft zu haben, anstatt wirklich ein Zuhause gefunden zu haben. Wer nicht in verbindlicher Gemeinschaft lebt, den kann man nicht für voll nehmen. So lauten die Vorurteile in frommen Kreisen. Dabei geht es den Kritikern nur um den äußeren Schein der Ordnung. Sie interessieren sich gar nicht, welche Lehre dort gelehrt wird, wie heilig dort gelebt wird. Hauptsache, der andere wahrt die Fassade und bestätigt uns in unserem Sein. Menschen, die scheinbar um die Ordnung bei anderen interessiert sind, zeigen ansonsten sehr geringes Interesse am anderen. Es geht darum, die christliche Ordnung zu wahren. Mir ist es ziemlich egal, wo einer seinen Hintern hinsetzt, solange seine Zeit im Kämmerlein gut ist. Das ist, was mir wichtig ist. Jesus sagt, dass wir sie an den Früchten erkennen sollen und die Früchte brauchen keine oberflächliche Gemeinschaft, sondern tiefen Boden. Die Gemeinschaft mit anderen Christen sollte nie dazu dienen, sich füttern zu lassen, sondern sich gegenseitig zu dienen. Vielen Gläubigen täte es gut, wenn sie aus dem Trubel eine Zeit lang aussteigen würden und sich nur Gott widmen würden und sich um ihr Futter selbst kümmern würden. Das Problem der Gläubigen ist Passivität, die wir als Kirchenchristen antrainiert bekommen haben. Und diese Passivität kann niemand überwinden, der Kirche gegen Hausgemeinde tauscht und nichts verändert. Solange das Kämmerlein nicht das Zentrum des eigenen geistlichen Lebens ist, sondern die Gemeinschaft mit anderen, ist dieser Gläubige nicht an das Kraftwerk Gottes angeschlossen. Wenn dich also jemand fragt, wo Gott in deinem Leben gerade am Wirken ist, was dir gerade wichtig geworden ist, was du gerade für Kämpfe, für Siege und Niederlagen hast, dann sind das Themen, die andere gerne interessieren sollten. Aber die Frage, ob du auch wirklich das Feigenblatt der christlichen Gemeinschaft nachweisen kannst, um ein guter Christ zu sein, ist komplett oberflächlich. Nicht die Menge der Gemeinschaft ist entscheidend, sondern die Qualität. Menschen, die gerne TV schauen, treffen sich zum Beten. Menschen, die gerne mit um das goldene Kalb tanzen, treffen sich zum Singen der Gemeinde. Wer dorthin geht, ist nicht auffällig. Wer dort nicht hingeht, macht sich auffällig. Weil er andere konfrontiert damit, dass man sich nicht mit Lauheit und Unreinheit infizieren möchte. Es ist sehr wohl besser, mit Gott im Kämmerlein zu sein, anstatt Gemeinschaft um jeden Preis zu haben, auch Gemeinschaft mit der Welt. Kirchen und Freikirchen gibt es fast überall, aber ob die Gemeinschaft mit den Menschen dort mehr Früchte bringt, wenn du dich der Welt anpasst, das wage ich zu bezweifeln. Man sollte es ausprobieren, ob man Geschwister findet, mit denen man die gleiche Hingabe leben kann. Viele finden es nicht. Und in jüngster Zeit merke ich auch, dass auch die, die in scheinbar guter Gemeinschaft leben, charakterlich genauso ihre Defizite haben, ihre Ausfälle, ihren Stolz, ihre Arroganz haben, wie die, die sie warnen, dass diese Gemeinschaft brauchen. Nochmal, Gemeinschaft ist biblisch und gut, aber wir sollten weit davon weg sein, dass Gemeinschaft an sich irgendein Schutz ist. Schneller zu wachsen, heiliger zu sein und geschützter zu sein. Als wenn man es nicht hat. Denn für viele ist die Gemeinschaft nur Ritual und Ruhekissen und ein angenehmes Sich-um-einander-Kümmern, anstatt wirklich eine Jüngerschaft zu sein, die Jesus-Ähnlichkeit bewirkt. Wir brauchen Jüngerschaft, insbesondere in den ersten zwei bis drei Jahren. Es ist mega wichtig, und zwar durch einen erfahrenen, Gott hingegebenen Bruder oder eine Schwester. Dabei geht es darum, dass wir lernen, schlechte Quellen zu schließen und gute Quellen zu öffnen, sich gute Gewohnheiten anzutrainieren. Das beste Training der Jüngerschaft erfolgt aber im Kämmerlein. Der beste Lehrer ist der Heilige Geist und alles, was darüber hinaus an guter Gemeinschaft möglich ist, das darf gerne genutzt werden. Das beste Training der Jüngerschaft erfolgt aber im Kämmerlein. Das beste Training der Jüngerschaft erfolgt aber im Kämmerlein.